Wir sind jetzt am Grat über dem Second Step. Es kann noch jede Menge schief gehen. Zum Beispiel bei Tim. Das Schwierigste ist, auf die Leiter zu kommen, klar? Hak das in deinen Karabiner am Klettergurt ein. Schau noch mal, ob's hält. Hauptsache, ich schaffe es auf die Leiter. Ja, damit bringe ich dich runter, hoffe ich zumindest. Weiter, du musst für mich noch näher an die Kante. Vertrau mir. Ich vertrau dir ja. Pass auf, Tim. Jetzt darf nichts schief gehen. Der Second Step ist 30 Meter hoch. Man kann ihn einzig und allein auf diesem Wege passieren. Noch drei, vier Schritte, dann mach ich dich fest. Du zuerst, damit du helfen kannst. Genau so. Dann mal los, Tim. Du kannst nicht den ganzen Tag rumsitzen. Halt jetzt durch. Aber jetzt musst du es allein schaffen. Lehn dich richtig in deinen Gurt. Hab Vertrauen. Du bist am Seil. Geh weiter. Du bist schon fast unten. Gut gemacht. Wie viel Seil habe ich noch? Wie viel Seil? Nicht genug für ganz unten. Ist der runtergefallen? Nein! Nach dieser Anstrengung sind sie alle ausgelaugt. Oh, sh**.